Yo, Freunde, ganz, ganz wichtige Ankündigung vor diesem Video. Morgen um 12 Uhr startet mein 24-Stunden-Stream auf Twitch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Twitch.tv slash fix. Wir haben 100.000 Follower auf Twitch geknackt. Und als Belohnung gibt es jetzt morgen am Mittwoch von 12 Uhr bis Donnerstag um 12 Uhr mittags einen 24-Stunden-Stream. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Lasst auf jeden Fall einen Follower auf Twitch da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und hoffentlich sehen wir uns morgen im 24-Stunden-Stream auf Twitch. Bis dann. Hat auch eine Schroppel, der. Ja, aber der hat eine... Ich hätte gerne ein besseres Spieler, weil es am besten wenigstens so eine bisschen Herausforderung ist. Das sieht, dass sie eben gewonnen haben. Ja, dann müssen die anderen ja absolut fresh sein. Mann, Ficks, ich mache jeden 1HP und du holst jeden. Ich habe wieder gestealt. Oh mein Gott. Hey, Freunde, Ficks hier. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Leute, heute gibt es einen neuen Spielmodus in Fortnite. Ich habe ihn zusammen mit Maxi gespielt. Und zwar ist es irgendwie so ein 2-versus-2-Turnier. Ja, es war auf jeden Fall tricky. Wir haben vielleicht die Gegner ziemlich hops genommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert diesen Channel. Wir sind kurz vor den 400.000 Abonnenten. Was ist hier los? Zur Zeit knacken wir 100.000 auf Twitch. Auf meinem zweiten Kanal auch 100.000. Dann hier 400.000. Es ist einfach krank. Und deswegen lasst ein Abo da. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und falls ihr mich unterstützen wollt, benutzt auch sehr, sehr gerne den Supporter-Creator-Code fix. Okay, aber genug gelabert. Jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Zusammen mit Maxi-Boy. Let's go. Operation Knockout. Und aktiviert. Ich glaube, das ist das. Noch nie der Modus gespielt. Es ist auf jeden Fall so ein Turnier-Modus. Und dann, ich glaube, es ist der. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall ein Turnier-Modus. Und dann machst du 2 vs. 2. Und dann kommst du eine Runde weiter. Und dann machst du wieder 2 vs. 2. Und dann kommst du wieder eine Runde weiter. Und dann machst du wieder 2 vs. 2. Und jedes Mal vor der Runde darfst du dir eine neue Waffe wählen. Und die Waffen aus dem letzten Spiel behältst du auch. Also du kriegst jetzt gleich zur Auswahl. Dann irgendwie, keine Ahnung, AR, Pumpgun, was weiß ich. Wir klappen die Maxi, ja? Wir sind die allerbesten Spieler der Welt, weißt du? Ja. Wir gehen da jetzt hin und machen Bats. Ja. Und dann Brrrr und dann Bats. Okay. Yes, Bats, Buts. Bats, Bats, Brrrr, Bats, Bats, Brrrr. Und jetzt kannst du eine Waffe wählen. Und die behältst du dann die ganze Runde. Am Anfang hast du nur eine Kiste. Ja, nur eine. Ich weiß nicht, ich nehme ein P. Ich nehme ein P. Ich habe keine Kisten? Nee, nee. Du hast nur 100 Mets. Du musst jetzt sozusagen mit den Waffen kämpfen, die wir haben. Du kannst nicht mehr Mets mitnehmen. Das Game ist doof. Ich will aber bauen, wie verrückt, ja. Aber kriege ich auch keine Schruppwinde oder so? Doch, nächste Runde. Wenn wir die Runde gewinnen, dann kann zur Auswahl eine Shotgun noch kommen. Ach, das ist wie die Such-und-Zerständer, wie jetzt? Also wir haben nur ein Leben. Äh, ja, keine Ahnung. Wir müssen die halt einfach umbringen. Du checkst es dann schon in der nächsten Runde. Wir müssen die einfach umbringen, schnell. Ich habe einen gelacert. Lol, der hat Schild. Keine Ahnung, woher. Die pushen mich. Ich bin bei der Schild. Der hat auch Metal. Lol, der hat mich einfach tot. Hä, wo hat der Metall, Leute? Was geht bei ihm ab? Okay, jetzt einfach rein in die Fresse. Einfach rein da. Du spawnst jedes Mal wieder mit 100 Mets. Digga, von wo haben die das ganze Schild? Hab ihn tot. Das ist volles Gap. Hab beide tot. Das ist wegen dem Rang, was sie so hoch sind, weil sie schon so viel gespielt haben. Das ist ja das übelst Pay-to-Win oder einfach Play-to-Win. Ja, und, okay. Jede Runde haben sie halt einfach voll, Alter. Haben die Full-Schild jedes Mal? Ja, die haben Full-Schild. Die kommen rein und direkt ins Full-Schild. Egal, wir zerstören die trotzdem. Das sind kleine Madenkinder, weißt du? Oh mein Gott. Ehre genommen, du Madel. Der Gläser, wenn er kommt. Shit-Break. 40 Schaden von mir noch. Die sind einfach Full-Schild haben. Wie gab es das denn? Oh, er hat mich... Egal. Aber ich bin super laut die ganze Zeit. Das ist eine Fähigkeit? Die haben einfach Stein, die haben Metall, die haben Full-Schild. Das ist der übelst Gap dann. Ich lande direkt auf ihm, oder? Oh, ich wurde gelästert. Hab ihn Schild-Break? Immer noch Splasher oder so dabei. Die hält sich hoch. Das ist der übelst Gap, der Modus. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Egal, wir klatschen die trotzdem. Das ist halt so dumm, der Modus. Ja, ich hatte 40 HP. Ich hab drei HP. Keine Metz. Jo, wie viel Splashies hat der da dabei? Egal, es ist 6 zu 5, wir führen noch. Metall haben sie abgebaut. Kann man das abbauen? Nein, ich glaub nicht. Oder? Kann man. Er hat immer noch Schild. Egal, ich hab ihn tot. Er ist halt MP gegen A ja schon wieder. Kannst du mir helfen? Ja, ich versuch's. Ich muss halt ein bisschen schwarzer gehen. Ab tot. Lull. Ich bin der Allerbeste. Fistenkönig. Boah, die sind so scheiße auch noch. Die bauen ihr Schild, weil sonst hätten die keine Chance. Und der HP über dir? Komm, dort. Scheiße. Ja, nice. Let's go, Maxi. Wir holen die uns. Das ist so oder so, Alter. Was ist denn das für ein Modus, ey? Gestern hatten die bei mir kein Schild. Kannst du den holen? Pass auf. Hinter dir. Oh, ja. Oh, wir müssen aufpassen. Sorry. Also bis jetzt feiere ich das 0 irgendwie bis. Lass unten, lass unten nach unten gehen. Ja. Ja, ich kann's nicht bauen. Ach, guck mal. Das ist halt. Hab ihn? Das ist zu broken, Alter. Der Camp. Oh, wir haben gewonnen. Let's go. Hä, aber es ist echt komisch, Mann. Ja, es ist ja übel. Keine Ahnung. Ich fand es gaffed ein bisschen, Chad. Runde 2. Viertelfinale. Jetzt kannst du eine neue Waffe wählen und die hast du dann zusätzlich, weißt du? Und du kannst, glaube ich, oben auch nochmal draufklicken, oben rechts, und dann kannst du wechseln. Egal, ich nehme MP. Ich habe eine Pump. Pump MP. Oha, ich habe keine Pump bei mir gesehen. Die sind ja absolut lost. Ist es white? Ja. Andere auch white? Toll. Ist ja absolut weird, Champ. Außer dir am Sniper. Kann man die Metall hoch? Kann man die Metall abbauen hier? Oder wie? Ich baue es gerade ab. Stein auch? Ich dachte, die haben dauerhaft mit Tiger gehabt. Ah, lol. Kann man 300 Metzer haben dann, oder wie? Weiß es nicht genau. Okay, nee, da hat keine Sniper. Die sind scheiße einfach. Ich habe den 61 gegeben. Ich schieße sie runter. Die holen sich da Schild bei diesen... Auch bei dem Boden dann, ne? Eine Shackbreak. 25er. Oh mein Gott, sind die schlecht. Lol, ich glaube... Hast du beide? Ja. Hä? Maxi, wir sind die Besten. Schau mal, die landen schon wieder nicht bei uns. Die haben ja Megaschiss. Hä, Luke. Hört sich gar nicht schon. Nochmal. Da ist so One-Trap. Hilfe, bitte schieß nicht auf uns. Bitte. Bitte schieß nicht. Tot. Kein Leben und keine Metz mehr richtig. Oh shit. Ja, ich bin auch... Wim. Ich schwimme, ich schwimme, ich schwimme. Wir können uns umbringen lassen. Die Zone macht uns schon schade. Kann man sich von der Zone killt kriegen? Wie lange killt? Oh shit. Ich glaube schon. Weil ich habe den vorhin gehittet einmal und der ist dann in Zone gestorben. Er hat auch ne Schruppflinte. Ja, aber der hat ne... Ich habe ihn... Wo hat der denn? Hätte auch keine Schruppflinte, Alter. Ich hätte gerne einen besseren Spieler, weil es dann erst wenigstens so eine bisschen Herausforderung... Das sieht, dass die eben gewonnen haben. Ja. Dann müssen die anderen ja absolut trash sein. Mann, Fick, ich mache jeden One-Nate-Spiel und du holst jeden. Komm her, du Madel. Fatz. Ahaha. Ich habe wieder gestealt. Oh mein Gott. Oh scheiße, ich habe keine Metz mehr. Ich bring mich in der Zone um. Ich bin so tot, ne? Jetzt kannst du ein Kill machen. Ja, ich habe kaum Leben. Ich wollte ein paar Kids da machen. Schau alleine. Fick, richtiger Hund. Fick, richtiger Hund. Du beschwerst, ich weißte, dass du die Kills nicht bekommst. Du kriegst da eh kein Leben davon. Und dann lasse ich dir die Kills und dann stirbst du auch noch. Watz, 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 watz. Die Map ist aber auch nicht so geil. Ne, die ist absolut trash. Absolut mein Kill geklaut. Schon wieder. Ich habe ihn 90 abgezogen, du Scammer. Mach den 10 Schaden und sag, ich habe den Kill gestealt. Ja, ja. Ja, komm, ich habe den so in der Luft gelacert. Ey, Fier, das ist ja so ein Tag, Alter. Haltfinale, ne? Ja. Wird jetzt easy weggeklappt, würde ich sagen. Okay, hier oben die Perks, ne? Vantage Cannon, Sniper. Wo sind die Perks? Ja, eine Pump. Ah, schwimmt schneller. Schneller nachladen. Fick, mach dich roll nochmal neu. Das sind meine Sachen. Okay. Ja, ich nehme Sniper einfach. Scheiß drauf. Quickscope, oder? Ich komme nicht ins Boot, Fick. Aus Boot. Ich würde ein Metall haben. Boah, lange nicht mehr diese Sniper gehabt. Scheiße, okay, die haben erst einen Kill gemacht. Ne, wir müssen aufpassen, Maxi. Es darf auf keinen Fall unentschieden werden. Wir müssen ins Finale kommen. Warum stirbst du? Warum bist du? Weil ich versucht habe, ihn zu quickscoppen. Ich bin schon wieder gestorben. Maxi, wo bist du denn? Ich campe unten. Wir müssen die töten. Ne, ich campe. Kannst du bitte kommen? Ja, aber ich kann mal... Hab einen tot. Okay, ich komme. Jetzt wurde ein tot. Hab den anderen auch tot. Hast du keine Sniper? Nein, habe ich nicht. Der eine ist super low. Oh, shit. Tot? Ich hab den anderen auch, aber ich bin One-Night-Spiel. Ich bin auch One-Night-Spiel. Kommt her, ihr kleinen Mann. Sniper ist schon geil. Ist halt dieser Autosniper, ne? Ich bin tot. Blinks, blinks, blinks von dir. Ich habe nichts gesehen wegen deiner Drohne da. Wegen meiner Drohne, ne? Stimmt, ich habe meine UAV eingesetzt. Komm, wir gehen umdrauf. DJI hast du doch, oder nicht? Nee, die ziehe ihn runter. Und ich baue ihn runter. Der Modus ist halt ein bisschen so, die landen, oder beziehungsweise, die landen dauernd auf deinen Kopf, und dann musst du ihn töten. Weißt du? Stirbst, du landest auf deinen Kopf. Tötest ihn, dann landet er auf deinen Kopf. Ich habe mich getroffen, aber das hat gar kein Leben abgezogen. Meine 90er gerade gemacht. Haben einen Auskauf. Ich bin baum, ich bin im Chat. Dein hat 25 AP, der Brot. Warum schwimmen? Warum ins Wasser? Ah, shit. Ich glaube, dein Perk ist, dass du besser schwimmen kannst, oder? Nee, ich heile mich im Wasser anscheinend. Lost. Pass auf, auf deinen Kopf. 90er. Tot. Wollen wir ihn so richtig ehrenlos. Kick-Achsen. Den nächsten. Oha, ich habe mich übelst hoch im Wasser. Ich muss halt hochkommen, Fick. Weißt du, ich habe halt ein 20 mit. Habe einen? Nice. Boah, der hat einfach diese fette Pump. Ich komme zu dir. Wir sehen uns. Noch einen. Okay, lass campen. Lass uns verstecken, lass sie uns nicht sehen. Noch einen. Maxi, komm. Braucht mich campen. Ich mache die alleine fertig. Noch einen. Der ist der beste Spieler. Ich habe aber noch ein paar Kids gemacht. Drei, das haben wir gewonnen. Karma-Stelle, hm? Easy. Er kommt runter, ich gehe es da oben. Ich weiß, ich weiß. Die andere Seite. Oh, der hat mich. 15 zu 13. Einfach nicht mehr sterben. Lebst du noch? Ja. Ja, okay, wir haben gewonnen. Easy. Let's go. Hey, GG. Alter, wir sind die besten Spieler. Easy, Alter. Easy, fixen den Brustag. Immer. Hast du schon mal so gute Spieler gesehen wie uns? Ich glaube ich nicht. Boah, Rick. Und killt bei Shaffi. Das sind unsere nächsten Gegner. Ja. Finale, oder? Ja. Ja, okay. Jetzt müssen wir halt übertreiben, ne? Ich will gucken, was für Waffe ich jetzt bekomme. Jetzt habe ich Rupflinto und so. Also ich will einfach nur Spaß oder so einen golden Tag. Das wäre insane. Lol, ich habe absolut Scheiße. Ich nehme eine AR. Kann ich meine Waffen irgendwie austauschen? Ich hoffe, die Pistole geht weg, Leute. Ah, shit, Leute. Hätte ich unten links upgraden können oder was? Kann man upgraden? Ich glaube, aber ich glaube nur, wenn du was auswählst. Kannst du den... Ah, lol. Ist der ganz runtergefallen? Ja. Shitbreak. Er ist der allerbeste. Die haben einfach schon wieder beideschildt. Ey, was hat er mich gekehlt? Shitbreak. Lol, die machen aber auch richtig ernst, weißt du? Wenn das da oben landet, dann hole ich ihn, glaube ich, runter. Der holt sich Schild. Die machen so einen auf anders ernst. Ja, was für eine Tromflinte. Auch eine lila, ne? Oder goldene oder so. Bist du das zusammenbleiben? Ich bin drin, ja. Ja, lol, die haben schon wieder Schilder. Keine Ahnung. Das sind schon wieder so Leute, die Geld ausgegeben haben für das Spiel, weißt du? Ja. Ich würde niemals für Fortnite Geld ausgeben, shit. Oh. Der hat einfach... Lass doch weiter runtergehen. Der hat einfach ne Diegel. Ja. Wo haben die denn die Waffen her? Ich gehe high ground. Ich bin low ground. Ja, schon wieder full shield. Ich komme runter. Müsst du vielleicht welche hoch einpicken. Bin da. Scheiße, steht halt unentschieden. Die haben erst einen Kill gemacht. Slow. Unsere Wahl, oder? Jetzt müssen wir pushen. Hihi, du Opfer. Einfach hops genommen. So ein Ding ist es nämlich. Können wir schaffen. Die sind irgendwo oben. Safe call. Ja, die haben Angst. Schau mal, wir sind noch in Führung. Die sind noch einfach nur... Sind die geläftet? Nein, nein, nein. Sind die doch safe? Wir sind nur noch zu zweit, oder? Ah, ne, hier. Ist die rausgegangen? Hm? Der hat auch viel gegeben. Nein, Pussis. Äh, hallo? Gegner? Warum? Ich wollte jetzt Spannung haben im Finale. Ich auch. Wir haben noch 50 Sekunden. Warum geht man denn so schnell raus? Bro, solche Schüsse. Okay, meine Meinung zu dem Modus ist schon ein bisschen Trash, oder? Das ist verwirrend. Ich finde es halt ein bisschen unfair, dass die so viele andere Sachen haben. So Schilder und so ein Zeug. Und wir haben halt einfach gar nichts. Ja, ne? Warum hat nicht jeder dasselbe? Dann wäre es doch fair. Stell dir mal vor, wir hätten noch Schilder, dann wäre es ja doppelt so OP gewesen. Ja. Wir haben gewonnen, Leute. Wir sind die besten Spieler. Ja, GG, I guess. Oh, Mann. Chee-Chees, Leute. Chee-Chees. Chee-Chees. Chee-Chees.